Was bisher geschah... Ja, das war's! Typisch isy, der Boss! Und hallo Wheelies, ich will meinen Wheelie wieder haben! Wieso? All of the Wheelie powers are escaping! Ah, what are you idiots doing? Wie es jetzt weitergeht... Seht ihr jetzt? Boom! Boom! So, our system failed! Number 3 and number 5 engines are gone! We're junked, nothing left to do but crash! We failed, but there's nothing we can do! Attention to all crew! Schiff immediately! Ah, the ship is done for! I'm gonna get out of here! Ja, sterben, oder was? What the fuck? Okay, Ninja Power! Yeah, I have a ship. Ich liebe den Ninja, außer dem Warjump, der ist nervig. Ui! I'm escaping now, think badly of me. Ja... ... ... Da mach das... Okay, eh... Okay, ich kann es nicht lesen, wenn man es lesen kann. Ich bin jetzt grad... ... ... ... nein nein ach ist egal wir kriegen ja die Ninja Power wieder und wir haben noch ein Leben das ist schlimm aber es ist nicht so schlimm ist da noch jemand der Text kommt nicht nochmal ne ich befinde mich aber auch in eine sowas von komplizierten Zwickmühle da gerade eben äh essen noch einsammeln ähm au meine Fresse au boah wenn ich nochmal sterben tue oh mein Gott so ähm so rein da ach Maxi Tomate brauchen wir nicht äh ich hab schon gerade eine gehabt glaube ich so jetzt kommt der Boss kam so ähm wait Carby I can't not let you go any further okay ähm ist uns doch scheißegal wen interessiert das überhaupt hier vielleicht ich bin ja ganz anderer Meinung so stirbt stirbt ja ja kam 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 ninja oh mein Gott laut batalad please take care well go on head then okay ähm yay ähm jetzt schon natürlich aber was hier kommt ich hole einen helfer jetzt das ist der kabel kann zu bieten ja aber ich werde es nicht benutzen kampf gegen die meter night war ja super das habe ich ja erwartet das war ja super wir haben noch ein leben das wird schwierig hört weiß es ah scheiße wird verlieren na na trifft er mich nein ja super mach nur wow wow nein scheiße ah shit das wird doch mal klapp wow das war knapp so endlich tot so wetter night verschwinde doch hier so so stirb halbert stirb und verbrenne was man kopf die auge gott gabi o o okay pd ist es für die wiii hat der kompare so i won't let you escape ja aber das tun wir oh mein gott die zeit reiht aus nein wir werden alle sterben oh komm schon na 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 ... ... wikin du wikin 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 Meine Fresse stelle ich mich heute so doof an. Ähm. Au. So. 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 Wow. Oh mein Gott. No. Spur vor. Ja. Das war's mit Meta Knight. Revenge. Ja. Wir haben einmal ein... Ach Gott. Aber nur weil ich mich... Ein Game Over. Nur weil ich mich dumm angestellt habe. Meine Güte. So. Ja. Wir sehen alle unsere Kumpanen und so. Ne. Ja. Und das war's eigentlich mit dem Game Pack. Wir haben rund für die Spielzeit 30 Minuten gebraucht. Mann, hab ich mich heute so dumm angestellt. Hä. So. 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 Ähm. So. Im Game Pack Revenge of Meta Knight, das nächste Mal machen wir den Rikiray Wishes. Also bis zum nächsten Mal, tschau! Untertitelung des ZDF, 2020